Titel, Das Leuchten von Eid, einer Dorfgeschichte voller Freude und Tradition, zweite Teil, als die Dunkelheit hereinbrach und das Feuerwerk verklungen war, sammelten sich die Kinder des Dorfes um das Lagerfeuer, um den Geschichten der Ältesten zu lauschen. Die Ältesten erzählten von Eids in der Vergangenheit, von Heldentaten und von Zeiten, in denen das Dorf zusammenkam, um Herausforderungen zu meistern. Amina, Yusuf, Fatima und Oma hingen an den Lippen der Erzähler, ihre Augen leuchteten im Schein des Feuers. Sie erfuhren von der Bedeutung des Teilens und der Großzügigkeit, Werte, die während des Ramadan und Eid al-Fitr besonders hervorgehoben werden. Die Nacht war erfüllt von Musik, als die Dorfbewohner traditionelle Lieder sangen und zu den Klängen von Ut und Dabuka tanzten. Die Kinder schlossen sich dem Tanz an, ihre Füße bewegten sich im Rhythmus der Musik, während ihre Herzen im Takt der Gemeinschaft schlugen. Als der Mond hoch am Himmel stand, wurde es Zeit für die Kinder, ins Bett zu gehen. Sie verabschiedeten sich von ihren Freunden und Familien und dankten Allah für den gesegneten Tag. In ihren Träumen lebten die Freuden von Eid al-Fitr weiter, und sie wussten, dass sie diese Erinnerungen für immer bewahren würden. Am nächsten Tag halfen die Kinder beim Aufräumen des Dorfes. Sie sammelten die Überreste des Festes und stellten sicher, dass kein Müll die Schönheit ihres Dorfes trübte. Sie verstanden, dass Eid nicht nur ein Tag des Feierns, sondern auch ein Tag des Respekts für die Natur und die Umwelt ist. Die Geschichte von Eid al-Fitr im Dorf endet hier, aber die Lehren und Erinnerungen bleiben. Die Kinder des Dorfes würden aufwachsen und die Traditionen an ihre eigenen Kinder weitergeben, und so würde die Geschichte von Generation zu Generation weiterleben. Ich hoffe, der Geschichte gefällt Ihnen.